Wir arbeiten seit dem Jahr 2004 mit der Firma ATLEET zusammen und haben in unserem alten Logistikcenter in Hilden angefangen mit den Kommissioniergeräten und zwei kleineren Schubmaßstaplern. Und in Bezug auf unseren Umzug hier in das neue Lager nach Neuss haben wir aufgrund der Erfahrung der Firma ATLEET mit sehr hohen Hubhöhen bei den Schubmaßstaplern, bis zu 10,90 Meter oberste Auflage, haben wir hier zehn Schubmaßstapler gekauft und haben die hier im Einsatz und auch weitere Kommissioniergeräte. Sehr wichtig auch ist bei der Firma ATLEET der sehr ergonomische Arbeitsplatz der Geräte, wichtig für unsere Mitarbeiter, die in sehr langen Einsatz in drei Schichten hier fahren. Des Weiteren haben wir in Zusammenarbeit mit einem namhaften Batteriehersteller und der Firma ATLEET Batteriewechselsysteme hier in diesem Lager entwickelt und mittlerweile die Zusammenarbeit auch auf die Reinigungstechnik ausgeweitet.